im schönen äh hinten Boxcar also ich bin CT alles cool äh T meinst du nicht CT äh ich meinte eigentlich Apatone und da kommt jetzt noch einer und der da geht doch alles bis bald bis als andere, der sich hochgeplant hat hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer weiteren gepflichten Runde Let's Play Counter Strike Global Offensive heute ein Meshmaking auf der wunderbaren Map das war zusammen mit dem guten Bloodfighter und dem Tipo Oda hallo Jungs hallo jo alles fresh war gut glaube ich ja guter Mann guter Mann wir starten als Terrorist haben zwei Randoms dabei und in der Aufwärmphase haben die schon mal ordentlich gedrückt die Gegner kann nur geil werden Euro und so nehmen Ups aua Oh gut Mujideb Hallo Guys Hi Team, WushB all together, thank you Ja, so was ich mach Kommunikation blockieren bei Ares WushBee WushBee Jesus Christus, oh natürlich. Purple rennt Mitte. Ja. Purple Island. Joby. Ja, er geht B durch Mitte. Egal. Also, Mitte ist nicht B. Ja, Mitte ist B. Macht nämlich was sehr Schlaues und kill die jetzt. Und kommt bitte! Ja! Ein auf den, Alter. Mehr Geld für uns. Nice, Mann. Ja, für ihn. Schade. Für ihn mehr Geld. Bei allem gebührenden Respekt, die Runde wer Penis. Ganz ehrlich. Deck mit der Bombe, ey. Ist mir scheißegal, wer die droppt, Alter. Wer sie sich grabbt. Sollen sich die Venomans von mir aus zum Kloppen. Ich hab mich drum gekloppt. Hehehe. 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 Was machen wir eigentlich? Ich was mal Aris. Papa, okay. Ich geh auf lang. Das scheint nicht so wirklich zu sein. Jaaaa. 29. Ach komm, ey. Du gehst f*** danach. Jaaaa. 29. Ach komm, ey. Du gehst f*** danach. Ich geh auf Schott. Ah, ein HP. Einer darf da. Ja. Ey, du hast ein HP. Beteiligert ist die Bombe mit. Blatt. Geht schlecht. Dein HP muss ich von hinten eingreifen. Ähm, lassen sie sich mal flügig im Maxim. Also, ich will jetzt nicht wissen, wo du eingreifst. Einer, der führst. Einer, der führst. De 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 de. De de de. De 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 de. De 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 de. Oh man. De 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 de. Ich bin schon wieder eingerostet. Jo, aber ich mal richtig, Alter. Ja, obwohl ich gestern schon wieder gespielt hatte. Zwei sind B, drei sind B. Ja. Eine Runde haben wir gestern gezockt. Gar nichts gestern gespielt. Ja, und dann hab ich wieder Fortnite gespielt. In Call of Duty. Das war wieder alles auseinander. Ah. Das ist ein richtiger Klassiker. Oh, die war scheiße. Oh, ne AG. Gib her. Lauf durch. Guck mal, war der CT. Geh, verpisst dich doch. Das war ein D16 Nosecope Jumpshot. WTF. One lower. Ich guck von links, du guck von links, ne. Ein auf D, man. Ey, das ist sowas von nicht wahr, ey. Macht er denn. Also, ich geh jetzt erstmal zur Bombe. Ach, geht doch alle scheißen, man. Nie. Ey, sowas regt mich auf. Nie. Nee. Hipbox is fucked, man. Nee. Das ist zu weird. Nee. Ja, da ist ein Blatt. Nee, ist er nicht. Da freu ich mich, like der Schnitzel darüber, dass ich ne verschissene AUG in der Hand habe und töte den noch nicht mal. Und freck den nur an, ey. Da krieg ich wirklich wieder Genitalherpes, man. Ey, das haben wir als Thema in Bio. Genitalherpes? Gibt's das wirklich? Ja. Ja. Klar. Hab ich. Hatte jemand nicht aufgepasst in der Schule? Du weißt, wie lange Schule bei mir her ist? Äh. Ja. Ja. Okay. Da ist immer so eine kleine Sumsebiene im Hintergrund. Alter. Wir wissen's doch mittlerweile. Dass der gute Bloody halt einen recht lauten Kühler hat. Ah, der ist ein Kühler. Okay. Kraftwerk nennt man's. Kraftwerk. Ey, ist doch... Einer ist auf CT. CT mit. Ist die dem jetzt short? 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 Great. Und dann werden wir den mal von hinten auch freuen, wenn er short ist. Jo, läuft bei dir. Nein! Darf ich's nicht mal ankommen hier? Das ist so typisch mein Style. Es stinkt nach Zeus. Das hat so Hardcore Charakter. Das war die Nummer. Hochgesprung. Trach. 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 Das ist G24. Das ist G24. Da, da. Ja, F***. Ja, dann gibt's nur Headshots! Melden. Ist mir egal, Alter. Der geht mir so auf den Sack, Alter. Hab weiter. Hey, das ist sowas. Einatmen. Headshot gefressen. Duda. Melden. Ist mir Wurst, Alter. Zack. Wurst. G1,3. Das was macht mir. 9,3,2. Dankeschön. Yay, Snoopy. Ah, ne. Yay, Platz. Ich heiße, wie da mal nicht reiße, ey. Wurst. Wurst. Braut. Ey. Da gab es. Damnit. Geben wir jetzt B? Ja. Get up to B. Wir and力in können auch nicht reden, das ist geil, ne? ich mir die bombe da brauche ich die bombe nicht ich geh überlaufen wir hätten da pimmeln eh wieder zwei huren sind rum der ist oben drauf ortipoder ernsthaft in der leiche wo ich die leichte da ist die leichte scheiße ich guck mal lower tunnels es ist wohl wesentlich ist von der die kursi erwerb hätte sein können hier ja so weit kann über die halbe map kannst du auch von mann mit mann zu hören das sind keine hälfte so auch wenn es vorliegt der schießt einmal hast du dir das neben uns Prozent die lautstärke von steps so hochdrehen und die waffenlöpfe und um die Jo, okay. Wer spielt so? Ich. Ja, war mir klar. Noch wer? Auf höheren Evos machst du das. Doch, weil's da auf Kleinigkeiten ankommt. Piss dich mit deiner Arme! Und wo Ares? Direkt Short. Ja, Yellow. Du kannst das machen. Hä? 85 in 1, please. Alter, was ist denn da los? Bei Tipo da läuft's heut. Uh. Ein auf den Mann. Ui! Ui! Ja! Jestes Wart��zen hat die Bombe noch der Krieg nicht verdient. Ja, 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 guck mich an. Ui! Das passiert, Fortnite so springen und dann jumpen, hast gesehen vorhin, hat's funktioniert, ne? Ah, was? Was hab ich gesehen vorhin? Vorhin, so gesprungen, geschossen, gekehlt. Fortnite. Ja, 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 Fortnite, mhm. Geil. Fortnite im CSGO anwenden. Lass mal Lila töten, der spielt Auto. Kennen wir? Keine Ahnung. Was, der spielt Auto? Ja. Ich hab keinen Bock, wie das das nächste Mal so endet, wie die letzte Folge. Ah, das ist echt so, ey. Ayo, plane, auto. Noob, noob, noob. Noob. Ja, Tom, 3 AP, halt doch die Fresse, wer hat denn da jetzt schon wieder getroffen? Ja, aus dem Band, Tom. Ja, aus dem Band, Tom. Unsere Aus-Attackers, tot. Ja, ich verstehe, das heißt, der Gegner hat's so jetzt. Nee, die waren unserem Spawn. Ja. Ja. Gegner kann doch sowas holen. Ja. Einer ist Dings. CT. Hey, we'll be met. Ja! Ey, Gottes, Mann. Ey, Junge. Ich hab drei AP. Nee, auch den melde ich. Ist mir so. Sowas von Wurst, Alter. Minimum hat den Wall. Welcher? Ja, der erste aus dem Gegner-Team. Ja, der erste aus dem Gegner-Team. Der ist ein Gottig. Der ist ein Gottig. Super gut. Ja, jetzt. Team 29. Ja! 12. Ich die 12.35. Geil, meine erste Runde. seit einem halben Jahr. Ihr seid ill, die Gegner sind immer noch lapig. Ihr, mein Spaß. Die Gegner sind lapig? Nee. Okay. Skill brauch ich gerade. Ich reiß' heute nix. Das ist ganz fürchterlich heute. Das ist immer so, wenn man vorteil spielt und dann ein anderes Spiel, dann noch mal andere Spiel, dann bis zum Komplett. Jo, komm, du kommst die Vorteil. Und siehst du so, wir sind allein. Oh, aber. Mein Volk, glaub ich. Ein wenigstens getötet, indem ich ihn die Eier abgeschossen habe. Aris, das war dein zweiter Kiel. Ja. Ja. Ich hab den einen in die Fuß geballert. In die Fuß. Okay, Purple hat kein Headset. Nee, die Brust war das. Der Schuss geht aber natürlich wieder nicht raus. Ja. Hat er nicht, doch. Nice. Ah, es läuft ja wieder cremig, Leute. Seine Creme, Gier, hahaha. Das ist Spasten, ey. Unglaublich. Schaff. Nee, halt die Fresse gehen, woanders hin. Kack, Bratze, Alter. Go short, ey. Schäuben wir jetzt alleine auch, weil es kann. Und ich ein bisschen. Solti heute will. Dann gehen wir nachher nach Solti Springs. Oh, halt die Fresse. Wir spielen gerade, kommt das Volk, ey. Jo. Oh, heute ist einfach ein Gegner. Oh, was ein Wunder. Wunder, dass die so ekelhaft werden. Surprise. Ja, natürlich. Mann. Alter, ey, ohne Scheiß. Was? Wem? Wem wollt ihr das erzählen? Du Sniper Bastard. Ja, der reißt doch eh nix. Hat den Gegner gleich einen Autosniper Gigi, ey. Noch einer am Leben. Ja. Der hört kein Headset. Der ist nämlich gleich tot in 3, 2, 1. Ah. Ah. Ja. Ja. Yes. Hast du gehört? Hm. Komm, mach es. Wo ist er? Wo ist er? Todesrampe. Fuck. Dankeschön. Oh, so geht's auch. Jetzt hab ich einen Autotacker. Hahaha. Boah, jetzt wollte ich ihn schon anschießen. Das hat aber wenig Leben. Dann machen wir es mal ausnahmsweise nicht. Boah, Alter, ich hasse das, wenn ich die ganze Zeit in meinen Aufnahmen angeschrieben werde, ne? Ich sollte mich echt als offline anzeigen lassen. Das nervt so hardcore. Boah, hast du nen geilen Pornobalken. Hä? Wie nen Game. Ah. Hab einen mit. Ah, boah, über den Autos hat er Beschwerden oder was? Hä? Ich hab die gerade bekommen, weil einer von den Gegnern eine gespielt hat. Einfach wegwerfen. Einfach wegwerfen. Und jetzt auf. Unbewegt ein Fett. Oh, ich geb. Was ist denn heute los? Was? Kann mal jemand planten gehen, bitte? Oh, Alter. Das ist 18 Jahre lang. Eine Creme Schnittchen. Hm. Ich guck, äh, CT. Guckst du, Long? Das ist ein 2. Ja, komm. Er gibt Instant Headshot. Das kann... Äh, 2 CT Mets. Ja, schon wieder 80 in 1. Alter, meine Fresse. Okay. Gelb brennt natürlich im Buck so rum, Alter. Zum Bucken, ey. Ja. Den war auch so gut. Hat er einen Kit? Ja. Natürlich, wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, was denn sonst? Was denn sonst? Ladies and Gentlemen, was denn sonst? Es läuft heute so gar nicht, ey. Aber wirklich. Null. Ich bin offengestanden ein bisschen... Frust. Frustriert, muss ich sagen. Ach komm, lass doch den Scheiß mit der Dreckskackbombe. Gibst du da auch weiter? Ich brauche dich auf jeden Fall nicht. Ich folge Aras. Aras ist unser großer Meister. Heute... Fehlanzeige, zwei Kills. Ich zeige die, ey. Deine ist... Folglich Blattweiter. Blattweiter ist unser großer Meister. HWP-Meister. Ja, ich hab grad keine. Du bist du doch nicht. Tut. Ja, natürlich du... Ach komm, bist du da ganz ehrlich. Grenade. Ja, mir scheißegal, ganz ehrlich. Gut, man hätte jetzt gucken können, wo ich bin. Man sieht ja, von wo die Schüsse kommen. Aber ganz ehrlich, ich fress überwiegend Headshots, ey. Soviel zum Thema scheiß Prime Match, Alter. Fick dich, CSGOs. Wirklich, also... Boah. Ich hätte CSGO als letztes aufnehmen sollen. Ach. Boah, ja. Klar sind da wieder drei Leute. Weil dadurch... Ja, genau. Weil dadurch, dass ich nachher noch aufnehmen muss, also andere Games, hab ich ein bisschen die Sorge, dass ich meine schlechte Laune aus diesem Matchmaking in die anderen Videos mit reinnehme. Und da hab ich gar keinen Bock drauf. Wie sieht denn das mal aus? Plant the bomb. Bomb. Ja, bringt doch auch nix. Es sind drei... Landing. No, plant the end. Das Ding... Man, du hast plant the bomb und du... Don't do this. Ja. Also, wenn einer droppen kann, ich nehm... Ah, okay. Vergess das wieder. Vergess das wieder. Wieso? Ich hab 13.000. Dein Ernst? Ja. Ja. Was brauchst du? Irgendwas P90 von mir aus. Ist mir eigentlich relativ egal. Wo ist das Ares? Ares ist hier. Da. Uuuuh. Okay, das macht mich wieder ansatzweise geil. Es ist halt so, wenn man viele Kills hat. Oh, okay. Ares mal Flashbrings. Sehr schön. Meine SSG. Ich freu mich. Guck. Guck. Jetzt geh ich. Tschüss. Warte. 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 Wenn ich jetzt sterbe, dann killen wir Marshall dafür. Weil, ganz ehrlich, der schreibt mir die ganze Zeit. Habt ihr verschaut geprintet? Äh, Line Long. Ich hab' für Long geplantet. Hab' Short. Ja. Gut. Hab' Short. Einer tot. Short noch einer. AWP, Alter. Ja, 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 ja. Ey, Warte, look unspott. Das ist an AVP. You must kill them. Ne. Ja, ein Huf. Achtung. Oh Gott, Junge. Der hat voll daneben geschossen, Alter. Ja, scheinbar ja nicht. Weil er hat wohl getroffen. Ja, er hat voll daneben geschossen. Er war mit dem Aim links von dem Typen. Aber übel zu links. Oh, thanks. Äh, ihr seht ja nicht, was da im Chat steht. Ist auch besser so. Teilweise ist es echt besser so. Ich hab' mir schon was dabei gedacht, als ich die Facecam warten nach links gelegt habe. Unten links. Ah, muss ich da nicht mehr so viel rauszensieren. Mhm. Wenn ich was schreibe. Wenn ich meine Tage mal hab, ne. Ah, du bist noch nicht mal der Schlimmste dabei. Das ist, das, das Schlimmste dabei ist. Nein, Leute, das zieht die mit. Ja. Oh ja, okay. Auto-Sniper vor allem. Und der plantet der da oben drauf. Hat der geplantet? Der wollte oben auf der Box drauf planten, ne. Der wurde gekillt. Das ist, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Dazu blend'ne Schwanz. Äh, einer war, glaub' ich, irgendwo bei... T-Spawn kommt wahrscheinlich da lang. Short hat der andere. Äh, da schaut zwei Leute. Ja. Auto-Attacker, pass auf. Uhhh. Klar, wieder nicht getroffen, oder? Ey, Junge. Was ist das? Ah. Na. Wens. Okay, Jungs, aber die Nüppel schreiben. und dann klappt das auch wieder. Ne, meine ich, ich werde tieren. Geht noch mal runter. Ach, man ey. Okay, dafür so ich das mal für 90. Mal gucken. Cool down. Ah, Rzw. P90, oder? Ja, cool down. Nö, was du? Hast du? Alles da. also jetzt sowieso also die Flinte ins Grundwerfen brauche ich auch nicht bis noch lange einer oben rechts Kiste da ja wohl komm wir gehen, komm wir pushen, wir rein jetzt ja gleich, ja es bringt ja eh nichts zu pushen egal, ich warte jetzt hier die Polar kann sich jetzt mal ein paar Leute wechseln ja ja, schön wechseln ach ja, ist eh, jetzt ohne der ersten Hälfte echt? ja du kommst hier 50 hallo jetzt bin ich gerade ein bisschen froh hallo hallo sag mal Blatt, das haben wir in der letzten Episode um einiges geiler gesehen, Maria in der ersten ich spielte mir gerade alter ich geh fesse alter alter mein KD-Verhältnis oh Gott hallo 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 ich hab heute noch gar nichts gespielt, das ist das Problem uiih hallo hallo mit der short 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 twist tu Schacht 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 immer diese Franz fressen ey das geilste ist dass ein arbeitskollege von mir sich auch in online games über franzosen aufricht ich sag natürlich nicht wer die gehen zu erlangen was ich doch geil finde ich hasse ich franzosen einfach sowas an drei jahren noch mehr als ich gedacht hatte oh gott leergestoßen last mal sehr schönste heute bitte keine konkrete zahl wenn ich nicht weiß da waren zwei aber du wittst wollen da kam einer noch um die ecke der letzte irgendwie der kleine spackort den krieg ja damit hier ungefähr wisst wie viele da sind alter ja und entschuldige mich jetzt nicht weil du gestorben bist also leute schilds steht eure schlüpfer auf geht's ich ja 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 prei gefüllt wieder Intelligenz ist da das für eine Intelligenz ist da lang ist nix wo sind sie keine Ahnung Tunnels ne Wommelicht das ist Lo sag nix wenn du nicht weißt jungen Lower Tunnels sind Tunnels oder nicht ja da waren aber wer da war nach oben Bloody wir machen jetzt Bloody mit es ist Deins das ist dein Zitat ist genauso ein toll gewesen ich hab keine scheiß Zahn oder so genannt das ist ja doch mit einer Nägelf das nützt dem Scheißdack ja schön ja ja mann könnt ihr mal die Fresse halten verfickte scheiße ey wirklich Jungs was ist heute los wisst ihr was ich troll dir jetzt ohne Witz ich mach jetzt auch die gefeiert nein das ist nicht wahr wir haben den Scheiß Bord und der Typ mit einer Nägelf aus der Entfernung ja warum rennen wir eigentlich schon wieder zu dritt dahin wir hatten also ich hatte eigentlich mit dir immer schon dieses Bord ja ficken alter ficken ja und zu dritt auf B-Rennen ist auch Blödsinn wir hätten pushen können einer war da glaube ich oben pass auf Bord boah ich brauche die Schraube alter Schwede alter Schwede alter Schwanz uhr bj alles der ninja habt ihr einen ekel wir werden so elendig noch verkacken hier ist doch nicht mehr feierlich lassen sie mich durch, ich bin Künstler B ist nichts B ist nichts, geht rüber, zack, 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 zack verschieben, Mitte Mannschaft wird spielen Einer ist noch short Ja, wir rennen ja alle rum Naja, der hat Hits, war ein 16-1 der ist unten an der Box Aris Der kommt da auch gerade durchgeballert Der ist low Ja Mit Mit Das war schon zuhörig Last 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 but not least Oh 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 Bam, hintertot Nö Doch Bam, hintertot Ey Ah What the fuck Scheiße Warte, ich bin immer noch besser, sehr schön Der Snoopy Der Snoopy to die Ich hätte schon Ja 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 Das mach ich so immer Krass Was ich, ich würde mich das nicht betrauen, weil sie die Genauigkeit zum Marsch ist Fertig Mit vorn, die Akk-A-K-Haut Wo du irgendwie genau bist Ah Das ist bei mir normal in allen Dingen Achso, ich spielte in Diegel, hab einen gekillt damit das nicht sehr toll hat Ha 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 aber es macht die 90 Prozent es kommt die 90 ist wenn einster Versprechen zu viel und natürlich immer wieder Arsch was auch so das war ein Ort und Schwarzschmerz wir gehen auch schon wieder er hat und so zu schafft geschafft wir sind schon durch ja es ist ja ich weiß nicht egal wer das ist weil ich hab die bombe echt ja ich hier bei mir ich warte hier ct noch ich komme überall lang pass auf das ist ein pitt ja ich komme ich komme das ist ein pitt das ist ein pitt das ist ein pitt dieses hurenkind komm mal her schnell komm her du musst dich dahin drucken in erster linie schnell schön auf zeit gerade gespielt meine fresse war das geil du hast es ist ein fortnite song ja tschuldigung das ist bester song ever alter top mit zwei drei Leute natürlich was denn sonst sind sie aber schon wieder da blatt war dann nicht schott bommelie ich bitte ja geil todesgang neun schatz hat es noch was ich bin immer noch letzter ja dann schwingt gerade runter oder auch nicht so ein biathin au und dies wird lol was machst du ja also geht doch habe ich ja genau richtig umgeschaltet auf deine sicht jungs und mädel das ist nicht toll das leben in csgo total zum niederknien ganz ehrlich der 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 er kommt wahrscheinlich ja draußen vom beliebt wir müssen nicht alles doppelt der stelle wenn ich hier hinten box kann also ich bin city alles cool die meisten city ich meinte eigentlich abhattung und da kommt jetzt noch einer und der schluss er geht doch alles bis bald besser als andere dazu an dem punkt so habe ich erfolgt vorzuweisen alles ganz begegnen ja weiß sowieso ja ich gebe wenn ich meine Waffe dafür hier auf die box zu fett um da hochzuschampen bombe ist wo die kohlen auch nix die kohlen einfach auch nix die schwanzdurchter Mitte ist was was auch so 1 a long pit wo der andere ficker ist weiß ich nicht wir sollen es sich bei der langen er uns tut einer pläne man hat die fläche aber sind beide uns schon jährlich ist naja wer schon groß an er hat er ist kannst du nicht einmal nur one shot dauernd machen diese waffe geht langsam richtig auf den sack hier macht mich stolz alter ja ich habe noch 13 apg jaja game is over fiktig hart mitte ist was smoke das war ich ja aber zahle hau die weg ist mir wo es wie aber mach hat er sich jetzt auch eine autopumpe geholt unglaublich alles gut sehe gerade auf dem zweiten monitor dass man das echt ein bisschen scheiße sieht mit dem aber passt gut also man kann ja sagen was man will ausgeglichen ist ja manchmal drückt sie ekelhaft umgibt er mir jetzt so ich kann es versuchen doch dann war das noch nicht mal ja natürlich ganz ehrlich wo sind so upper tunnel b ganz ehrlich gehen die ist vielleicht nicht ganz so clever einer wahrscheinlich schwarz pass auf ich warte jetzt hier das war aber nicht mehr hau ab da 17hp das tut mir ach man ey du tsch macht ja kein Spaß mit dem Spiel ey deswegen spiele ich noch Fortnite sonst hätte ich die ganze Zeit noch CSGO gespielt hat hat einen Grund gehabt dass ich aufgehört dann kommt der Aris und holt dich aus dem Ruhestand ne ich hau ne Smog ran weil ich durch Tunnel gehe ja dann kommt der Aris und holt mich aus dem Ruhestand das stimmt wirklich ja ein Long Oh oh lol ich hab jemand durch dieses Mord too long oooohh mann da kennt einer ey oohh Gott man nee ab 3 dieser Moment gerade Prozent Wurzeln Keter der Tür ich habe aber heute auch keine Konzentration mehr man merkt richtig dass Leute Gesundheit nicht so gesundheitlich nicht geigen 13 13 Boren Alter, block mich Ach man, ich habe die englische Tastatur E Oh, Kammer Ich Ich habe nicht gesehen Da, sehr schön Bombe da Bombe haben wir Brems hier noch auf die Bombe Es ist nur noch einer am Leben Bikoi Die haben ja angefangen mit Auto Ja, hält aber auf B drauf Oh mein Er ist oben im Window gewesen Nice Hopf Es ist so traurig Autosniper Es hat einfach nur drauf sprayen und hoffen, dass es trifft Ja, Entschuldigung Es ist wirklich ein bisschen traurig Aber ganz ehrlich Die haben doch eigentlich damit angefangen Ja, aber trotzdem Die machen das so beschissen, ey Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin Ist doch jetzt egal Können wir jetzt aufhören uns hier zu zanken Und das Ding hier würde voll zu Ende bringen Dankeschön 1A 1A Ach ehrlich Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der A ist Ich scharf beginnen Ach, Decke Natürlich ist da einer Ich glaube Oh Gott Wow Wow Was lecker Aris, Alter Leck mich am Arsch Ey, Mann Ich hab den Scheiß aufgefallen Ja Sag mal ruhig, sag mal ruhig Ja Ficken Das ist doch zu, du ehrenlose Wasser, Alter Nur Hurensehne spielen sie Dreckswasser, Alter Ist doch ohne Rotze, Mann Hehehe Drauf halten und fragen Nee, komm ich treffe jetzt eh nicht Och komm, hab doch getroffen Nächster, Leute Spiel doch keine S Ja, ich hab die geradeaus, dass ihr weggeschmissen Das ist es, meine Freunde Ja Deploying Flashbend Aber lang ist ja nichts Beinahme von uns, Mütter Ich geh in Schwarz Ich geh in Schwarz Ich geh in Schwarz Du schaffst Ich geh in Schwarz Ja Sort Es ist kein Schwarz Alles gut Ich geh in Schwarz Ich geh in Schwarz Des вот will Ja defuse oh mein gott oh mein gott Kleiner Lachsnacken Scheiß die Wandern Kürze er sagt er wahrscheinlich gleich noch nicht schicken also jetzt können wir nur äh können wir nicht mehr verlieren und das Leben spielen ja und selbst das tun wir wahrscheinlich nicht mit Lack also ganz ehrlich das wird sie sollten wir das Ding gewinnen das ist der dreckigste Sieg den ich je in Contestrike erspielt habe ohne Witz Achtung der Schwung wo sind sie von Schaub das Konzert Ok A lang klebes Ja komm Die spawn hat dir noch mit Ausgleichbar Du schaub Fuck alter ey ganz ehrlich Bomber A Ja mann Wo bleibt ihr Das ist A Schön Irgendwo anders noch Mein Ansport ey Ja klar Kars Liebe Freunde das war's So viel Lack haben wir nicht Er hat nämlich nur noch 3 HP der gute Tipoda Das Ding wird wieder ein Unentschieden Oh Gott Schade Wirklich wirklich schade aber ich muss sagen Tipoda exzellent gespielt mein Freund Dankeschön Gut liebe Freunde wenn euch diese Episode trotz dieser Autosniper-Rumgeballerei gefallen hat Da Daum ich noch rum wäre richtig richtig fresh Äh ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren damit ihr nichts mehr verpasst und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren Weil sonst kriegt ihr von YouTube nämlich keine Benachrichtigung Wisst ihr Bescheid Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Dö und noch einen Wunderschönen Tag Ciao Bis zum nächsten Mal